was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von final fantasy 7 das remake leute vielen 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 lieben dank für den support der letzten folge und ich würde sagen wir machen jetzt hier weiter was ist denn der heli die helis vielleicht wie man ohne die bahn nach oben auf die platte kommt nein leider nicht verstehe einfach so eine explosion auszulösen was soll ich jetzt hier machen konnte aufladen ich kriege mir dann befehle was wir machen dürfen ja 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 und jetzt der bahnhof hm mhm mhm warte bereit zum ausstieg vorbereitung fertig formation ok ok und los das ist ein tag die geben wollen nicht so schnell auf scheinen was wichtiges zu wollen von dir oder mir wie auch immer sie dürfen uns nicht entdecken na na dann nehmen wir die seitenstraßen ja natürlich da gibt es aber monster die sind mir lieber als shinra gehen ja geht zu turk gehen den türkse aus dem weg durch die seitenstraßen ok das ist eine von shinra's müll halten der ort ist so unheimlich dass sogar die slum bewohner einen bogen drum machen das perfekte versteck also das perfekte versteck also ich zähle auf dich ne ah e jetzt zeige ich euch was ich kann der ist für dich heilige machen wir einfach mal okay sie konzentrieren sich auf den schwächsten würde ich jetzt nicht gerne in deiner haus stecken klaut ganz genau ja okay lässt sich nicht öffnen vielleicht kaputt wenn wir dem weg folgen sollten wir drumherum laufen können werden wir jetzt sehen ja natürlich kein problem brauchst nicht helfen ist alles gut die 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 Hä? War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den stärksten von uns angegriffen haben. Ah. Sie ist nicht schlecht, die Kleder. Sie ist nicht schlecht. Mit ihren Sprüchen und so. Hut ab. Okay. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger hab ich. Was ist mit dir, Cloud? Ihr verdammt nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Da hab ich jetzt weniger Lust drauf. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Hallo? War okay. War okay. Okay. Ja. Ah. Es bewegt sich. Ja, aber nicht sehr lange. Ein Zorger. Ein Zorger. Keine große Sache. Okay. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Weil ich muss da eh herklagen. Aber ich hab ne Nebenstory dadurch geschafft. War auch nicht schlecht eigentlich. Muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Das war abzusehen. was das nächste Teil auch geht. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich dich, Cloud. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Ich hab mich grad gefragt. Wofür zum Teufel verschieb ich den Schall? Alles klar. Ja. Nicht grad so sehr interessant. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Gerne. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Nein. Wie? Oh. Alle Zerbe. Sehr gut. Was darfst du? Wo müssen wir jetzt lang? Hier allein? Gefährliche Nachrichten. Gefährliche Nachrichten. Ich hab keine Ahnung. Ich war erster beim Reiten durchdrucken. Ich befinde mich nun im Inneren von Mago Reaktoren. Wie sie hier sehen können, zeigt immer noch viel Raum. Und was nur nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg abzetteln? Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher hat? Sie sind die Leiterin von Schindras Rüstungsabteilung, richtig? Schon viel, viel furchtbar. Darf ich nicht. Oh, meine Stellungnahme bitten. Jetzt nicht. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten? Uns passiert hier nichts. Wann fahren gibt sie hier endlich wieder? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nah, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Mago Reaktor 1 verwendet wurde. Okay. Das hier sind Aufnahmen aus Marco Reaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgard. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Oh oh. Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Okay. Hier wird nicht gefilmt. Hier wird nicht gefilmt. Die Brosse, le. Pow. Okay. Was ist wohl ein gutes Reiseziel für eine Frau zu einer Reise? Ah, Aerith. Hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid. Ist gerade etwas schlecht. Ja, ja. Ja, weil da. Gegen die Züge nicht fahren. GGG. Er guckt mich so doof an. Hat er mich erkannt? Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Kein Problem. Aerith. Mugi. Kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hm? Da oben. Lachte von hier sehe ich den Reaktor. Mugli. Wer ist der denn? Das ist Claude, ein Söldner. Momentan beschützt er mich. Als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Hi Mugli. Ich weiß Mugi, aber ich nehme Mugli. Ich muss los. Ja, muss groß. Ihr könntet Brüder sein. Ach, Aerith. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens Aerith, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Claude? Im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Ach so. Wo bist du gewesen, Aerith? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo Aerith. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was. Jederzeit wieder. Wird ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Die und da. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee. Der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Held. Die drückt einfach den Locker um. Willkommen zurück. Hallo. Ich hab Aerith mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was. Lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Ja. Toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Sollten wir sie nicht nur nach Hause bringen? Waren nicht irgendwie. Zwei sind gescheitert. Ich bin entsetzig bei ihm. Möchtest du was von dem Gemüse haben? Ich will alle Bücher lesen, die ich von Bix bekommen habe. Ding, ding, ding. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Hm. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben hab? Ach die. Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Hä? Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Einfach zu geil. Einfach zu geil. Ist doch egal. Was soll's. Kein Thema. Am Ende dieses Weges liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Ja. Was meinst du, warum ich hier 80 Kilometer mit dir durch die Gegend lau? Mann, Mann, Mann. Oh, das sieht aber schön aus. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. O. M. G. Crazy. Das sieht echt nice aus. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter. Elmira. Und das ist Cloud. Mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Bitte schön. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay. Ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama? Ich bring Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris. Warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus. Und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir. Okay? Warte. Ach ja. Der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist dir noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Ja. Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Jetzt macht sie erstmal eine Ansage, oder? Nein? Das Kind hält einen ziemlich auf Trab. Was? Ja. Sagen Sie mal, sind sie... Ach nichts. Eris kommt gleich wieder runter. Was soll ich jetzt hier machen? Oh mein Gänz. Sieht sich einfach mal im Haus um. Während man warten muss. Nalo? Wo hatte ich sie nochmal hingelegt? Ja. Weil die Musik ist ja episch, ne? Episch mit Sternchen. Blumen. Hm? Oh ja. Das sieht sehr schön hier aus. Seh nichts mehr. Bin wieder hier. So, hier. Nimm. Gut. Dann mal los. Wuuu. Ding, 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 ding. So, meine lieben Freunde. Das war's auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, das ganze Projekt macht euch Spaß. Diese Folge war sehr schön behaucht. Muss man schon sagen, war nice. Und wenn ihr noch keine Abonnenten habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.